Man hat wirklich das Gefühl, dieser September-Sommer will nicht mehr enden und er wird auch nicht mehr enden. Und es wird wahrscheinlich so kommen, wie seit Wochen vorhergesagt, es ist der wärmste September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Und ich hatte es gestern im Video schon erklärt, die Wetterlage in den Wettermodellen hat sich nochmal komplett verändert. Wie zu erwarten gewesen ist, ist das Hoch doch stärker, als es eben die Wettermodelle immer wieder berechnet haben. Das Hoch geht in die Verlängerung bis Anfang Oktober. Sommerwetter in vielen Landesteilen bei uns in Deutschland mit Temperaturen von teilweise über 25 Grad. In der Spitze sind sogar bis zu 30 Grad nochmal denkbar. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Montag hier bei wetter.net. Ja, diese Dauerwärme lässt einfach nicht locker bei uns in Mitteleuropa und in Deutschland. Hier aus Südwesteuropa strömen sogar am 3. Oktober. Und das ist die Prognose dafür vom europäischen Wettermodell. In der Höhe nochmal sehr warme Luftmassen zu uns nach Deutschland. In der Höhe zum Teil bis zu 18 Grad in 1500 Metern Höhe. Und das heißt, unten am Erdboden sind 25 bis 27 oder 28 Grad durchaus nochmal denkbar. Und das Anfang Oktober. Doch der Reihe nach, das schauen wir uns alles hier in diesem Wettervideo an. Nun, gestern insgesamt viel Sonnenschein, 10 bis 11 Sonnenstunden und eine recht angenehme Temperatur dazu. Der höchste Wert in Rheinau, in Baden-Württemberg 22,3 Grad. Freiburg 21,6 Grad. Laar 21,3 Grad. Drier 21,1 Grad. Bad Kreuznach 21,0 Grad. Und da legen wir in den kommenden Tagen nochmal 5 bis 8 Grad obendrauf. Vielleicht sogar 9 Grad. Wir kratzen stellenweise an der 30-Grad-Marke. Aber die Nächte sind auch schon ziemlich lange. Und deswegen wird es nachts auch stellenweise kühl. In den klaren Nächten. Heute Morgen in zwei Metern Messhöhe. Die Zugspitze läuft mal außer Konkurrenz. In Deutsch-Neudorf, Brüderwiese, in Sachsen 0,9 Grad. Oberstdorf 1,8 Grad. In Siegmaringen 2,5 Grad. Blauen 2,6 Grad. Reit im Winkel 3,1 Grad. Kronach 3,3 Grad. Also heute Morgen war es stellenweise schon wieder ziemlich kühl. Da fragt man sich, welches Sommerwetter. Aber dann kommt die Sonne raus und sie erwärmt alles ziemlich schnell. Und das hier sind die Frühtemperaturen von heute, Montagmorgen, direkt über dem Erdboden. Und es gab da schon wieder Bodenfrost. Deutsch-Neudorf, Brüderwiese, minus 2,0 Grad. Hof, minus 1,0 Grad. Märklingen, minus 0,6 Grad. Pfullendorf, 0,4 Grad plus. Kronach, 0,7 Grad plus. Und Nürnberg, 0,9 Grad plus. Also heute Morgen überall zum Teil doch ein recht frischer Start in diesen Montag hinein. in die letzte Septemberwoche. Und hier nochmal alle Septembermonate seit 1881. Unser aktueller September liegt hier oben außerhalb von der Grafik deutlich über 17,0, über 18,0 Grad. Um genau zu sein, es ist bisher der wärmste September seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und mit diesen warmen Tagen, die nun kommen, wird er diese Position verteidigen können. Und dann ist es, in Klammern, leider der wärmste September seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Da werden viele wieder jetzt rufen, na ist doch toll, ich muss nicht so viel heizen. Aber ob das alles so toll ist, da machen wir mal ein kleines Fragezeichen dahinter. Und das hier ist die Regensummenprognose. Bis zum Sonntagabend, bis zum 1. Oktober, gerade frisch eingetrudelt vom amerikanischen Wettermodell. Und wir sehen hier Deutschland. Da fällt fast überhaupt kein Regen in den nächsten sechs bis sieben Tagen. Vielleicht mal ein bisschen was hier an der Nordsee- und Ostseeküste oder hier Richtung Südosten. Aber wir sehen auch hier den Null meistens nur. Das heißt, es sind maximal vielleicht ein paar Wolken und ein paar Regentropfen drin. Aber ansonsten ist der Regen komplett weggeschoben worden. Die Verschieberitis hat schon wieder eingesetzt. Und der Regen wird immer weiter nach hinten in den Oktober hinein verschoben. Ein Blick nach München. Das Oktoberfest hat Halbzeit. Und das Wetter könnte kaum besser sein in der zweiten Halbzeit. Die Temperaturen steigen deutlich an auf 25 Grad. Und das bleibt auch so bis zum kommenden Wochenende. Kein Regen in Sicht. Die Regensignale sind rausgeschoben worden Richtung 4. und 5. Oktober. Und auch da könnte es nochmal in den letzten Tagen vom Oktoberfest sehr warm bleiben. Mit Temperaturen um die 25 Grad. Ob es danach kühler wird, da machen wir mal ein Fragezeichen dahinter. Natürlich wird es irgendwann kühler. Es ist dann schon Anfang Oktober. Und deswegen rächen die Modelle immer wieder in der Abkühlung. Aber diese Abkühlung hatten wir schon hier gehabt. In diesem Bereich ist nach hinten weggeschoben worden. Mal gucken, wohin die noch geschoben wird. Aber irgendwann wird es wohl mal kühler werden müssen. Wir blicken auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Montag. Das Hochrosi, das hält die Stellung über ganz Europa. Sorgt für Trockenes, für Warmes. Und auch hier viel sonniges Wetter aus Südwesteuropa. Kommen auch die warmen Luftmassen weiterhin zu uns. Und der Sonnenschein, der bringt uns jeden Tag so 10 bis 11 Sonnenstunden. Also es wird richtig freundlich weitergehen. Das sehen wir auch hier auf den Wetterkarten. Die können wir eigentlich schnell, schnell, schnell durchgehen. Das Einzige, was sich ändert, sind die Temperaturen. Die steigen weiter an in den nächsten Tagen. Der heutige Montag bringt im Norden so um die 20 bis 21 Grad. Ansonsten 22 bis 25 Grad. Heute auch wieder 10 bis 11 Sonnenstunden. Die kommenden Nacht dann wieder relativ frisch. Die Temperaturen gehen auf 12 bis 7 Grad zurück. Teilweise noch ein bisschen tiefer. Hier und da kann es wieder über dem Erdboden Bodenfrost geben. Meist ist der Himmel sternenklar. Und der Dienstag. Viel Sonnenschein von Nord bis Süd. Ab und zu mal ein paar harmlose hohe Wolkenfelder. Temperaturen 20 Grad an der Nordseeküste. Bis zu 26 Grad in Berlin-Brandenburg und hier am Oberrhein. Und der Mittwoch. Schnell geht es weiter. Viel Sonnenschein nur hier im Norden. An der Nordsee. Da sind die Wolken vielleicht ein bisschen zahlreicher. Aber auch hier wird es relativ warm sein in Richtung Ostsee. 25 Grad. Ansonsten 26 Grad im Osten. Bis zu 28 Grad am Oberrhein. Und der Donnerstag ebenfalls. Voll Lotte-Spätsommerwetter in allen Landesteilen von Deutschland. Viel Sonnenschein. Temperaturen um die 18 Grad an der Nordseeküste. 20 bis 24 Grad im Nordosten. Um die 27 Grad im Osten. Und bis zu 28 Grad im Südwesten. 25 Grad messen wir entlang des Rhein. Am Main-Gebiets. Der Freitag. Der könnte dann sogar am Oberrhein knapp 30 Grad bringen. Also wieder einen Hitzetag. Ansonsten Temperaturen nach Norden hin. 21 bis 26 Grad. In der Landesmitte. 24 bis 28 Grad. Viel, viel Sonnenschein. Und wir blicken auf den letzten Septembertag. Auf den Samstag. Ja, und da sehen wir noch mal Temperaturen. So um die 19 bis 20 Grad nach Norden. 21 bis 24 Grad in der Landesmitte. Im Südosten bis zu 26 Grad. Und bis zu 28 Grad am Oberrhein. Und wir blicken auf den 1. Oktober. Da sollte man ja mal meinen, es geht ein bisschen kühler weiter. Aber weit gefehlt. Temperaturen nach Norden. 20 bis 24 Grad. Im Süden 24 bis knapp 30 Grad am Oberrhein. Am 1. Oktober wohlgemerkt. Vielleicht später mal im Südosten. Ein kurzes Gewitter oder ein kurzer Schauer. Ist nicht ganz ausgeschlossen. Und noch der Blick in die nächste Woche hinein. Da ist ja der Dienstag, der 3. Oktober. Der Tag der Deutschen Einheit. Und wir sehen, das könnten auch Temperaturen Mitte Juli sein. Am Montag, dem 2. Oktober. 25 bis 31 Grad. Viel Sonnenschein. Der 3. Oktober zunächst freundlich. Dann im Süden einzelne Schauer und Gewitter. Bei 22 bis 27 Grad. Und einen Tag später, der 4. Oktober. 23 bis 29 Grad. Wobei dann im Tagesverlauf die Wolken wahrscheinlich etwas zahlreicher werden. Aber das alles hier ist wirklich nur ein erster Trend. Das müssen wir noch in den kommenden Tagen beobachten, wie sich diese Wetterlage weiterentwickeln wird. Wir schauen auf die Luftmassentemperatur in 1.500 m Höhe. Frisch eingetrudelt diese Prognose für den Donnerstag vom amerikanischen Wetter. Entschuldigung. Und wir sehen hier auch bis zu 15, 16 Grad in 1.500 m Höhe. Das würde uns im Hochsommer unten am Erdboden 32, 33 Grad in der Spitze bringen. Aber jetzt natürlich Ende September sind es maximal noch so 25 bis 27, 28 Grad. Was ja auch völlig ausreichend ist und eigentlich eben auch deutlich zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Und wir blicken dann noch mal Richtung nächster Montag auf den 2. Oktober. Das ist die Prognose auch vom amerikanischen Wettermodell. Frisch heute Morgen eingetrudelt. Und da kommt noch mal so ein Warmluftschub hier aus Südwesteuropa bei uns in Deutschland an. Bis zu 17, 18 Grad in 1.500 m Höhe. Und das bringt eben unten am Erdboden 25 bis 28 oder 29 Grad. Vielleicht eben auch knapp hier am Oberrhein die 30 Grad. Meine Güte, was für eine Wetterentwicklung. Und was für eine stabile Wetterentwicklung vor allen Dingen. Stabiles Sommerwetter Ende September, Anfang Oktober. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Wir schauen nach Norddeutschland bis zum 10. Oktober auf den Wettertrend. Hier sehen wir auch schön den Temperaturanstieg im Norden noch mal auf 25 Grad im Mittel. Dann könnte es vorübergehend ein bisschen kühler werden zum Start in Oktober. Aber dann wieder ein kleiner Anstieg Richtung 25 Grad Marke. Und die Regensummen sind kaum noch vorhanden. Sind fast alle verschwunden bis zum 10. Oktober. Und wir schauen nach Westdeutschland auch hier bis zum 10. Oktober. Und müssen feststellen, Regen verschwindend gering. Bis zum 10. Oktober könnte es trocken bleiben. Und die Temperaturen konstant 20 bis 25, auch mal 26, 27 Grad. Und wir blicken nach Ostdeutschland. Auch hier nur noch wenige Regensignale. So frühestens ab dem 3., 4., 5. Oktober nennenswerte Signale. Aber auch da muss man sagen, da warten wir erst mal ab, was da am Ende wirklich bei rauskommt. Und die Temperaturen, sie steigen auch hier an auf über 25 Grad. Später etwas kühler. Aber dann ein neuer Wärmepik im Oktober, 3., 4. Oktober, noch mal 25, 26 Grad. Und im Süden des Landes relativ ähnlich. Wenige Regensignale, nur noch ansteigende Temperaturen zum Monatswechsel. Auch im Süden bis zu 25 Grad. Bestes Wanderwetter in den Alpen in dieser Woche. Das sollte man wirklich nutzen. Wer da noch Urlaub hat, wegfahren möchte, irgendwo in Deutschland. Perfekter kann das Wetter eigentlich gar nicht sein für Urlaub. Angenehme Temperaturen, keine große Hitze. Nur nachts wird es eben relativ kühl, denn die Nächte werden nun eben immer länger. Und in den klaren Nächten kann es deutlich abkühlen. Wir schauen auf die Landesmitte. Auch hier gibt es nur einen Trend, nämlich nach oben Richtung 25 Grad Marke. Und Regen, naja, wir sehen es hier. Der war zeitweise mal am 27., 28. September. Ist auch alles nach hinten weggeschoben worden. Verschieberitis von den Wettermodellen. Es ist spannend mal abzuwarten, wie stabil das Hochrosi am Ende noch sein wird. Kommt nächste Woche vielleicht der Wetterumschwung? Oder wird es nochmal nach hinten verschoben? Eins steht fest, irgendwann wird es mal deutlich kühler werden. Wann das genau der Fall sein wird, kann heute kein Mensch und auch kein Meteorologe vorhersagen. Das war es vom Wetter. Tschüss, bis bald.